Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Crypto & More. Heute wieder alleine, ich muss aber dazu sagen, nicht aus Eigeninteresse, sondern eher deswegen, weil ich es ein bisschen verkackt habe an alle da draußen, einerseits mit den anderen Terminen zu vereinbaren, also mit Benji und René, andererseits aber auch, weil ich nächste Woche sowieso, also wenn diese Folge rauskommt, bin ich im Urlaub und ich für mich eine Woche Social Media Pause dann wieder ein bisschen hier reinschiebe. Und deswegen muss ich jetzt heute noch schnell die Folge aufnehmen, bevor es dann in den Urlaub, dann in den wohlverdienten Urlaub geht und mal ein bisschen hier wieder Abstand gewonnen wird, bevor dann wirklich, nachdem auch schon viele wieder gefragt haben, ja wann beginnen denn endlich wieder Livestreams etc. pp. kommt alles dann nach meinem Urlaub. Jetzt gönnt mir noch die eine Woche Urlaub und dann geht es wieder in anderen Steps los. War viel los, privat und sowas bei mir, deswegen auch einen Gang runter geschalten. Und ihr wisst, Vorgeschichte und sowas will ich mir nicht zu viel Stress machen. Und apropos Stress, darum soll es jetzt auch in der heutigen Folge wieder ein bisschen gehen. Ich versuche immer so diese Themen hier rauszufiltern, beziehungsweise diese Themen zu machen, die mich selbst auch ein bisschen beschäftigen, wenn ich so eine Folge jetzt alleine rauf mache, also alleine aufnehme. Die letzte Folge kam ja sehr, sehr gut an bei euch und sowas, auch wieder viele nachdenkliche Sachen und heute wollte ich mal so Thema Stressbewältigung ein bisschen ansprechen. Ist ja auch so ein Thema, was heutzutage bei sehr, sehr vielen vorkommt, vor allem in der Generation, nicht nur Arbeitsstress, sondern auch persönlicher Stress, den viele mit zu kämpfen haben. Viele wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen und wie gesagt, ihr kennt meine Vorgeschichte und seitdem achte ich da auch ein bisschen mehr darauf, wie ich mich einerseits natürlich auch gebe, andererseits aber auch, wie ich eine gute Work-Life-Balance oder versuche auch ein bisschen so Stressbewältigung und sowas unterzukriegen, beziehungsweise wie vermeidet man Stress, wie kann man damit umgehen, was gibt es so für Möglichkeiten. Und da habe ich mir ein bisschen so Gedanken gemacht und dachte mir so, ich mache jetzt mal wieder so ein bisschen eine kleine Plauderfolge, so Viertelstunde, 20 Minuten, dass ihr einerseits natürlich auch jetzt während des Urlaubs mit Podcast versorgt seid. Und ja, Stressbewältigung, was gibt es da zu sagen? Mittlerweile hört man es ja überall. Einerseits natürlich, wir hatten schon mal das Thema Generation Z, Viertagewoche, jeder will mehr Freizeit haben und sowas. Natürlich dann auch teilweise mit weniger Arbeit verbunden, das ist das eine, gibt aber auch die Möglichkeit, Viertagewoche, wo man dann sagt, okay, die gleiche Arbeitszeit nur in vier Tagen verteilt. Halte ich persönlich ehrlich gesagt nicht wirklich viel davon, wenn man jetzt mal von einer 40-Stunden-Woche ausgeht, dann zehn Stunden am Tag zu arbeiten, finde ich einfach ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Und da macht man sich dann, denke ich, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Stress. Und Stress fängt ja nicht nur arbeitmäßig an, Stress fängt teilweise für den Kopf, für das eigene Gefühl schon an, wenn du früh mit einem Wecker aufstehst. Und das Erste, was du machst, ist ans Handy gehen, Social Media checken, was geht los? Und da fängt dein Gehirn schon an zu ackern. Wir hatten schon mal so das Thema angesprochen mit Handy früh am Morgen, wo ich vor allem dazu gesagt habe, hey, für mich gibt es früh morgens die ersten 10, 15 Minuten, wenn der Wecker gegangen ist oder wenn ich aufstehe, kein Handy. Warum? Einerseits ist es nicht gut für die Augen, was wiederum Müdigkeit ein bisschen produziert, was nicht wirklich gut ist, sondern Handy weg, 10, 15 Minuten, langsam erstmal ein bisschen in den Tag starten, was trinken, vielleicht einen Kaffee. Ihr wisst, ich trinke früh keinen Kaffee mehr, ist aber eine andere Geschichte, wobei ich auch sagen muss, mittlerweile, ich trinke wieder deutlich mehr Kaffee, nur für alle anderen, weil ich glaube ich ein halbes Jahr oder so gar keinen Kaffee getrunken habe. Mittlerweile trinke ich wieder Kaffee, aber auch erst wirklich 2, 3 Stunden, nachdem ich aufgestanden bin. Das ist so, erster Tipp von meiner Seite aus, lasst das Handy früh die ersten 10, 15 Minuten weg und versucht generell euch ein bisschen handyfreie Zeiten so am Tag zu geben. Handy ist sowieso Stress pur, auch wenn es gar nicht so den Anschein macht. Handy und generell Social Media ist extremer Stressfaktor. Ich meine, ich weiß, von was ich spreche. Ich habe in meiner Höchstphase, ich glaube die Woche habe ich es jemandem erzählt, 18 Stunden am Tag. Ich glaube, ich hatte es sogar mal 20 Stunden. Und das war so durchschnittlich über wochenlang 18 Stunden am Tag mit Handy verbracht, mit Social Media verbracht, mit PC, Laptop etc. pp. Da war das noch nicht mal drin. Also ihr kriegt ja auch meistens diese Mitteilungen. Ich weiß nicht, wer von euch iPhone oder sowas hat. Ich denke, aber es wird auch bei Samsung oder anderen auf jeden Fall auch der Fall sein, wo ich dann teilweise montags, ich glaube montags kommen immer die Nachrichten, montags 18 Stunden war meine Bildschirmzeit durchschnittlich am Tag. Absolut krankhaft. Und wenn man sowas dann sieht, ich kann euch das nur empfehlen, schaltet es an, um einfach mal so ein bisschen auch so Selbstreflexion zu sehen, wie viele Stunden ihr wirklich mit dem ganzen Scheiß hier verbringt. Erster Tipp. Also die ersten 10, 15 Minuten am Tag Finger weg vom Handy. Startet ruhig in den Tag, vielleicht mit Musik oder sowas oder sonst was oder lest vielleicht 10, 15 Minuten was. Damit seid ihr schon mal viel, viel entspannter. Danach setzt euch an eure Arbeit. So mache ich das zum Beispiel. Für mich ist, wie gesagt, 10, 15 Minuten kein Handy. Dann geht es bei mir. Videos machen, Analysen schreiben. Kennt ihr ja teilweise Podcasts dann aufnehmen. Oder andere Sachen, die mit Krypto zu tun haben. Erstmal so ein bisschen Telegram-Gruppen abchecken. Was gibt es Neues? Ein bisschen News checken und sowas. Das ist so mein Tag jetzt, wie ich ihn so reflektiere, beziehungsweise wie ich euch das jetzt mal mitgeben möchte. Natürlich, bei mir ist sowas was anderes. Ich bin selbstständig. Bei mir sieht der Tagesablauf trotzdem ein bisschen anders aus als bei vielen anderen von euch, die vielleicht noch angestellt sind. Aber trotzdem, vielleicht könnt ihr davon einfach ein bisschen was mitnehmen. Wenn ich das dann alles erledigt habe, das meistens so 8, halb 9, 9, irgendwie sowas, dann geht es los bei mir mit Sport zum Beispiel. Sport mittlerweile, letztes Jahr habe ich überhaupt keinen Sport mehr gemacht. Ich habe extrem zugenommen. Natürlich auch mit Ernährung. Wie gesagt, ich hatte privat ein bisschen Stress und sowas, was dazu auch noch ein bisschen geführt hat und sowas. Absolut demotiviert. Aber seit, ich glaube jetzt drei Monaten, um auch mal so ein bisschen die Neujahrsvorsätze, weil hat man ja, glaube ich, auch eine Folge so Neujahrsvorsätze, muss ich echt sagen, halte ich sehr, sehr gut ein. Könnt gerne mal eure Meinung auch in die Kommentare oder sowas reinschreiben. Ob ihr eure Vorsätze momentan zumindest noch einhaltet, würde mich echt mal interessieren. War ein riesiger Vorsatz bei mir. Einerseits Ernährung natürlich umstellen, andererseits auch Sport wieder anzufangen. Mache ich ja Zeit, zwei, zweieinhalb Monaten wieder wirklich tagtäglich. Also ich habe angefangen mit zweimal die Woche, dreimal die Woche. Mittlerweile mache ich fünf bis siebenmal die Woche einfach wieder Sport. Und da zählt noch nicht die zwei Stunden, die ich dann auch jeden Tag noch versuche, draußen ein bisschen spazieren zu gehen. Das ist ja so für mich, wie gesagt, ein bisschen immer noch so meine Therapie. Zwei Stunden, wo ich dann nicht ans Handy gehe oder eineinhalb Stunden Kopfhörer rein. Ist jetzt vielleicht auch nicht hundertprozentig, dass du dein Handy weg hast, aber ich brauche irgendwie Musik im Hintergrund, weil sonst drehe ich durch. Das ist bei mir einfach so ein bisschen persönlicher Stress, wenn es Totenstille ist. Ich glaube, das habe ich schon von vielen gehört, wenn es Totenstille ist, das ist für manche noch stressiger, als wenn sie da einfach Musik im Hintergrund haben. Und so ist es bei mir auch. Ich habe dann meistens Kopfhörer drin, laufe einfach ein bisschen rum, hol mir mal einen Kaffee oder sowas und genieße einfach so ein bisschen die äußeren Umstände. Und das war es dann so bei mir. Und vor allem Sport, auch wenn ihr es nur fünf bis zehn Minuten am Tag macht. Ey, Leute, es ist verdammt wichtig, auch das irgendwie zu versuchen, in den Tag zu integrieren. Also persönliche Erfahrung. Klar, innerer Schweinehund am Anfang ist es absolute Überwindung, endlich mal wieder mit Sport anzufangen. Ihr werdet die ersten Tage im Muskelkader des Todes haben. Aber es zeigt euch auch so ein bisschen, was euer Körper leisten kann, was ihr ändern könnt. Und auch so das Feedback von anderen Personen, wenn die dann sagen, ey, man sieht dir wieder an, ey, du machst Sport und sowas, Ernährung umgestellt und sowas. Und das höre ich die letzten Wochen, Monate extrem oft. Gut, man sieht es mir auch an, wenn du zehn Kilo abnimmst oder sowas, dann sieht man sowas. Aber auch wenn du Sport machst, also es macht schon sehr, sehr viel aus und es ist auch so eine persönliche Bestätigung. Geht es sich darum, dass du hier zehn Kilometer am Tag läufst oder sowas, darum geht es nicht. Aber einfach so das mit in den Tag zu integrieren und kann auch zur Stressbewältigung teilweise beitragen. Wenn ihr einen übelpissigen Takt habt oder euch vielleicht der Chef gestresst habt oder irgendwas vorgefallen ist, dann nochmal zehn Minuten sich komplett auszupowern, zumindest versuchen auszupowern. Natürlich seid ihr dann im Arsch, aber mit Sport kriegt ihr auch solchen Stress teilweise zumindest mal aus dem Kopf für eine Zeit lang wieder raus. Kann ich wirklich euch nur empfehlen. Das sind einfach so meine kleinen Basics, wie ich so momentan jeden Tag meine Tage natürlich verbringe. Wie gesagt, die zwei Stunden laufen, die ich sowieso jeden Tag mache, wisst ihr ja, gehört einfach für mich dazu, dass es so weitergeht. Will ich auch weiterführen auf jeden Fall. Natürlich, wenn ihr jetzt einen acht bis zehn Stunden Job am Tag habt, ist es schwer, zwei Stunden laufen zu gehen. Verstehe ich. Aber vielleicht einfach mal zehn, 15 Minuten Handy beiseite, mal nichts machen, ein bisschen so alles um sich rum, ein bisschen vergessen, ist schon ganz cool. Ich muss sagen, so die letzten zwei, drei Monate, auch jetzt, wo ich ein bisschen, ihr habt es gemerkt, YouTube ein bisschen runtergefahren habe, generell mich ein bisschen, ein bisschen mehr auf Distanz gegangen bin von allem. Nicht nur, dass ich jetzt die Thumbnails und sowas mache, weil mich das auch so ein bisschen gestresst habe, das war auch so ein Punkt, sondern generell das ganze YouTube-Zeug hat mich extrem die letzten Wochen, Monate ein bisschen unter Druck gesetzt. Vor allem am Anfang, gut, mein Ziel war immer, ich will selbstständig werden. Da ist YouTube natürlich ein großer Punkt, der natürlich laufen muss, soll, etc. pp. Aber es ist nicht alles. Und das muss man halt auch einfach so ein bisschen einsehen. Ich mache jetzt drei Jahre, ja, drei, doch drei Jahre knapp YouTube. YouTube, ich habe mir viel aufgebaut, ich bin auch stolz darauf, was ich da erreicht habe. Das muss man sich auch mal ein bisschen so öfters eingestehen. Natürlich auch dank allen da draußen und sowas, die tagtäglich die Videos natürlich auch angucken. Extrem wichtig. Aber YouTube ist auch nicht alles. Wichtig ist, dass man sich selbst wohlfühlt. Und das habe ich einfach so ab Oktober, November, wo ich dann nochmal jeden Tag Videos gemacht habe, teilweise drei Videos am Tag gemacht habe, habe ich mich nicht mehr wohl in meiner Haut gefühlt. Und das habe ich auch extrem gemerkt. Und das war dann auch so ein Punkt, wo wir dann auch gesagt haben, mit eben dieser einen Folge, wo wir gesagt haben, über Neujahrsvorsitz, dass ich da einiges ändern möchte. Und das habe ich jetzt auch geändert, so nach und nach, Step by Step, ihr habt es gemerkt. Aber ich gehe die ganze Sache auch viel, viel gelassener ab. Viel, viel gelassener einfach, dass ich mir jetzt nicht mehr so Gedanken mache. Ein Kollege hat mich vor kurzem gefragt, ja, wie viele Klicks hast du jetzt noch und sowas? Das habe ich gesagt, ey, juckt mich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich mache meinen Job, sage ich jetzt einfach mal. Das ist, euch jeden Morgen ein Video zu bieten, was ein bisschen ausführlicher ist mittlerweile. Ich versuche jetzt auch mehr reinzukriegen in diese Videos und nicht nur auf die breite Masse zu machen. Ich sehe, die Klicks gehen langsam wieder ein bisschen hoch. Natürlich, weil die Zuhörerschaft meistens immer die gleichen sind. Die gleichen Leute, weil sie wissen, okay, das kriegen sie frühmorgens um, ich sage jetzt mal halb acht, wo das Video meistens dann ja online ist. Die Qualität kriegen die Leute. Und das macht mich jetzt dann auch, hat mich natürlich einerseits jetzt ein bisschen wieder glücklicher gemacht, dass die Klicks jetzt wieder hochgehen, dass es ein bisschen mehr läuft. Ich will mich ein bisschen mehr auf Podcasts vor allem konzentrieren. Vielleicht werde ich es auch zukünftig machen, dass ich eine Folge die Woche alleine mache. Weiß ich noch nicht. Muss ich mit den anderen Jungs auf jeden Fall noch besprechen. Aber das macht mir mega extrem Spaß, einfach so ein bisschen zu quatschen und bringt mir auch so ein bisschen innerlichen Seelenfrieden. Und ja, das ist so ein Punkt. So Selbstzufriedenheit ist ganz, ganz wichtig. Wir hatten, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen ja eben so, glaube ich mal, die Folge, wo wir gesagt haben, ja, man vergleicht sich immer gerne mit anderen, auf Social Media natürlich, mit Konkurrenten, YouTube und sowas, Konkurrenz, aber natürlich auch mit anderen Leuten draußen. Und das irgendwie auch mal so ein bisschen aus seinem Kopf zu kriegen, hey, du bist verantwortlich so für dein Leben. Hauptsache, du bist glücklich, weniger auf andere achten. Natürlich, ich glaube, ich bin der letzte Mensch, der nicht an andere denkt. Ich versuche immer, es wirklich allen recht zu machen. Und ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen das auch, dass es sich bei mir teilweise eher so vorgeht. Erst die anderen, dann ich. Was ich aber auch so nach und nach ein bisschen ändere. Aber das ist so ein Prozess, das wird sich ziehen über Jahre oder Monate, Jahre besser gesagt, bis man sowas ja wirklich innerlich ändert. Man sagt ja auch immer, es dauert vier bis sechs Wochen, bis ich so Routinen umstelle. Und genau so ist es dann auch gewesen, zum Beispiel bei Sport und sowas. Früh aufstehen, Handy erstmal nicht in die Hand nehmen. Das sind so die kleinen Routinen. Das ändert sich mit der Zeit, aber irgendwann ist es so gang und gäbe. Und das ist eben auch so für mich innerlicher Stress, der jetzt immer, immer weiter abfällt. Und ich mich auch viel, viel besser fühle. Ich schlafe wieder mittlerweile echt viel lange und auch vor allem durchgehend. Aber jetzt gibt es auch wieder so einen Punkt, deswegen nehme ich jetzt heute die Folge auf, warum ich dann nächste Woche jetzt wahrscheinlich dann fünf Tage wahrscheinlich wieder keine Videos komme, weil ich einfach jetzt mal fünf Tage wieder Social Media Anzug mache, ein bisschen in den Urlaub gehe. Was auch natürlich sehr, sehr wichtig ist. Aber es ist auch wichtig, sich mit Leuten zu umgeben, wo man sich wohlfühlt, mit denen auch mal ein bisschen quatschen kann und sowas. Und da freue ich mich auch nächste Woche extrem wieder drauf. Aber gut, Stressbewältigung, Selbstreflexion bzw. selbstglücklich sein ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da sollte sich jeder einfach mal, keine Ahnung, zehn Minuten, 15 Minuten vielleicht mal oder Stift und Zettel nehmen und einfach mal so draufschreiben, hey, was macht dich glücklich? Macht sich glücklich, vielleicht auch mal in die Stadt zu gehen, alleine einen Kaffee zu trinken oder sowas, mache ich zum Beispiel oft. Ist am Anfang eine mega Überwindung, kann ich echt nur jedem sagen, macht es einfach. Auch wenn ihr komisch angeguckt werdet, hey, der hockt jetzt alleine im Kaffee oder sowas, habe ich mittlerweile kein Problem mehr mit, brauche ich aber auch Kopfhörer rein, Musik hören und leckt mich alle so gefühlt. Ich genieße jetzt hier meine Ruhe und sowas, das sind so Sachen, die brauche ich mittlerweile auch, genieße ich auch, weil vor allem, wenn du selbstständig bist und Leute um dich herum eben nicht selbstständig sind, das heißt, alle haben ihren ganz normalen Job und sowas, da musst du auch versuchen, dir irgendwelche Hobbys zu suchen oder dir irgendwie versuchen, diesen Tag irgendwie halt auch rumzukriegen. Und das ist auch sowas, was Stress verursachen kann. Das heißt, du stehst auf, machst ganz normal Video, YouTube, Podcast, was weiß ich was, was ich alles noch so nebenbei immer halt so mache, läuft ja auch noch Agentur und sowas, was jetzt nach und nach aufgebaut wird, habe ich glaube ich noch nie erzählt, aber kommt auch noch nebenbei und Richtung Sommer kommt ja auch noch ein kleines Projekt von mir, was nebenbei dann auch noch gestaltet wird. Aber das sind erst so Dinge, die kommen halt jetzt erst so nach und nach bei mir drauf und dann hast du natürlich auch inneren Stress. So, was machst du jetzt? Was weißt du jetzt mit deiner Zeit anzufangen? Deswegen Sport, ein Punkt, wo du dich ein bisschen darauf fokussieren kannst. Lesen mache ich viel, ist natürlich auch nicht alles, da habe ich auch nur, habe ich glaube ich auch mal in einer Podcast-Folge gesagt, so 20, 40 Seiten am Tag, reicht mir komplett, einfach um mal was anderes zu sehen. Und dann gehört auch natürlich sowas wie Kaffee trinken, spazieren dazu. Natürlich brauchst du dann auch verschiedene Sachen, die du dann halt einfach mal machst und sowas. Auch mal shoppen gehen oder sowas gehört auch mal dazu, ein bisschen Geld rausgeben. Aber ihr wisst ja, dass das normalerweise nicht so mein Lebensstil ist. Aber das sind auch so Sachen, wo Stress verursachen können. Vor allem Langeweile. Gut, jeder Mensch ist da anders gestrickt. Ich kann mich gut mit mir selber beschäftigen, beziehungsweise weiß gut, was mit meiner Zeit anzufangen, das ist das andere. Aber du brauchst halt auch den Mumm, irgendwie halt was zu machen. Wenn ich jetzt so das kleine ängstliche Entlein so in der Art wäre, würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag daheim rumsitzen und einfach nur vorm Fernsehgammeln. Bringt mich nicht weiter, bringt andere Leute im Endeffekt auch nicht weiter. Und ja, da brauchst du halt in Anführungszeichen Hobbys. Oder du suchst dir andere Kontakte, die vielleicht auch selbstständig sind und machst was mit denen oder sowas. Das sind so die Punkte, die ich so ein bisschen sehe. Dann gibt es andere, die halt den ganzen Tag vor der Glotze hocken oder zocken oder sowas. Da bin ich halt einfach nicht der Typ dafür. Ich brauche irgendwie was Sinnvolles zu tun. Treffe mich mit Leuten, die ich mag. oder lerne neue Leute kennen so in der Art, was mir wichtig ist. Aber ja, ist auch so ein Punkt, den ich jetzt erst mal, vor allem in den ersten Wochen, ein bisschen unterschätzt habe. Natürlich, also ersten Wochen der Selbstständigkeit. Natürlich ist ein bisschen so die Euphorie. Ja, du hast jetzt deinen Job gekündigt. Du bist jetzt komplett selbstständig. Alles schön und cool. Aber irgendwann kommt die Phase. Und die hat bei mir so im Dezember, Januar jetzt dann angefangen, wo ich dann so gemerkt habe, fuck, was machst du jetzt so? So, keiner hat Zeit. Die Euphorie ist so ein bisschen verflogen. Du weißt, es läuft alles und sowas. Du bist jetzt nicht hier auf jeden Cent gefühlt drauf angewiesen. Aber trotzdem machst du dir so Gedanken, boah, was machst du jetzt und sowas? Wie verbringst du deine Zeit? Du brauchst einen Rhythmus. Und das ist ganz, ganz wichtig. Du brauchst einen Rhythmus beziehungsweise, ja, jetzt hält mir das Wort nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine. So ein Rhythmus am Tag. Routine. So, Routine. Routine hatten wir auch schon mal eine Folge dazu. Du brauchst Routine, damit du so deinen Tag ein bisschen gestalten kannst. Routinen sind meiner Meinung nach das A und O, um, sage ich mal, nicht in irgendein Loch zu fallen. Und das hört man bei vielen Leuten, die Depressionen haben, Burnout und sowas, dass du danach auch ein bisschen Routinen brauchst. Weil wenn du nur wieder daheim rumsitzt, nicht machst, dann fällst du früher oder später wieder in ein Loch. Natürlich sollst du es auch nicht übertreiben. Dein Körper braucht auch mal ein bisschen Ruhe. Ruhephasen sind auch extrem wichtig. Und mit Ruhephasen meine ich jetzt nicht, hey, ich gehe jetzt mal hier ans Handy, chill hier drei Stunden und das ist meine Ruhephase. So funktioniert das nicht. So werden Ruhephasen nicht definiert. So machen Ruhephasen keinen Sinn. Sondern wirklich konzentriere dich auf dich selber. Aber Ruhephasen sind extrem wichtig. Routinen, aber auch tagtägliche Routinen, wie du aufstehst, wann du ins Bett gehst. Gut, Wochenende ist jetzt mal was anderes, da gehst du ja nicht pünktlich ins Bett. Aber trotzdem so, auch so bei mir so ein kleines Ding. Natürlich sitze ich auch mal vor der Glotze. Ganz kriege ich das auch nicht weg, will ich auch nicht und sowas. Kommt immer drauf an, was du konsumierst und sowas im Fernsehen. Auch Trash-TV und sowas gehört auch ab und zu einfach dazu. Muss auch mal sein, um sich mal das Gehirn doch mal ein bisschen leer zu waschen. Aber Routinen auch am Abend, wo du dann sagst, okay, die letzte Viertelstunde. Das ist auch so ein richtiger und wichtiger Punkt. Die letzten 15, 20 Minuten, bevor du pennen gehst. Also wenn du jetzt sagst, okay, du gehst jetzt jeden Abend, so wie ich, meistens halb 10, 10, gehst du ins Bett. Dann wirklich die letzte Viertelhalbe Stunde, ich glaube Viertelhalbe Stunde war es, kein Handy. Die Fernseher aus, Handy aus und nichts mehr machen. Wirklich, vielleicht ins Bett legen, kleines Licht an oder sowas. Vielleicht nochmal ein Buch lesen, wobei das halt auch wieder ein bisschen die Augen beansprucht. Aber ansonsten sich zurücklehnen, bisschen nochmal so über den Tag ein bisschen Gedanken machen, was passiert. Tag Revue passieren lassen. Du schläfst viel, viel entspannter einfach ein. Was ich vielleicht auch noch empfehlen kann, wenn ihr vor allem Probleme habt oder wenn ihr den Tag nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich habe hier immer, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, ich habe hier immer noch so ein kleines Büchlein. Gut, manche Leute sehen das jetzt nicht, die den Podcast anhören, aber ich habe immer so ein Büchlein. Denn entweder habe ich es bei mir, teilweise wirklich nehme ich das mit, auch in Urlaub oder sowas, wo ich mir Sachen einfach aufschreibe. So über den Tag, nicht ins Handy, das klingt jetzt richtig altmodisch, aber ich habe mir das auch dieses Jahr, ich glaube ich habe das jetzt seit drei Monaten oder sowas, dieses Büchlein. Da steht auch einiges drin und sowas. Ideen, Gedanken, die kommen mir meistens richtig spontan. Ich bin aber mittlerweile echt Fan davon geworden, die Sachen auf Papier wieder aufzuschreiben. Egal, ob ihr mich jetzt altmodisch nennt oder nicht, aber ich bin kein Fan mehr, alles wirklich in dieses Smartphone einzutyppen. Ich versuche das Smartphone nur noch fürs Nötigste zu verwenden. Natürlich gehört da blöde TikTok und was weiß ich was auch noch dazu. Die Apps gibt es noch, weil ich es ja auch beruflich natürlich nutzen muss, um die Podcast-Folgen und sowas natürlich da auch hochzuladen. Aber ich bin da ein bisschen abgekehrt, nennt mich altmodisch, ist mir egal, aber es tut richtig gut, auch mal solche Sachen wieder in solche Bücher reinzuschreiben. Also in so ein kleines Buch, ich denke, die Dinger kosten fünf Euro oder sowas, das ist jetzt kein Riesengeld. Aber es ist nicht verkehrt, sowas auch mal ein bisschen zu manifestieren. So manche Sachen reinzuschreiben, hey, das ist nicht unbedingt als Tagebuch gesehen. Also wenn dir über den Tag mal Ideen kommen, geil, einfach mal aufschreiben und sowas. Du manifestierst diese Sachen komplett anders, als wenn du sie, glaube ich, ins Smartphone eintippst. Für dich ist das Smartphone einfach so abschalten, ich schreibe mal hier einer Freundin, hier und da einen Kumpel und sowas. Alles schön und gut. Aber in diesem Buch ist es nochmal komplett anders manifestiert. Du hast es mit deinen eigenen Händen so aufgeschrieben und dein Kopf speichert die Sachen einfach viel, viel schärfer ab. Ja, könnte ich eigentlich auch mal eine Folge irgendwie zum Manifestieren oder sowas machen. Muss immer mal gucken. Wird auf jeden Fall öfters mal Folgen alleine geben, weil mir macht das einfach richtig Bock, hier einfach ein bisschen von der Seele zu reden, beziehungsweise einfach auch mal ein bisschen zu quatschen hier mit euch oder mit mir selber, gefühlt wohl eher. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen so mein Tag. So Stressbewältigung, wie gesagt, Sport, Handy weg, spazieren, raus an die frische Luft. Vor allem jetzt in dieser Jahreszeit, so nach dem kalten Winter, wenn ihr kaum rausgeht, wirklich meistens in der Bude hockt, geht raus, nutzt diese Sonnenstrahlung, es ist scheißegal, ob es wirklich arschkalt ist draußen. Nutzt die frische Luft, geht eine halbe Stunde raus, Viertelstunde, wenn die Sonne scheint und sowas und nehmt dieses Vitamin D einfach von der Sonne ein bisschen auf. Es macht euch viel, viel wacher, es macht euch viel, viel fitter. Und wenn ihr dann noch einen gesunden, ruhigen Schlaf habt und einfach mal ein bisschen abschalten konntet, ist das wirklich das Geilste, was ihr machen könnt, wo ihr auch entweder den Tag startet oder damit euren Tag natürlich abschließt, wenn ihr ganz normal arbeiten geht. Ja, das sind so ein bisschen so meine Tipps gewesen, wie ich jetzt so, wie so mein Tagesablauf eigentlich so ein bisschen abläuft. So Selbstständigkeit natürlich auch, auch so wie nach der ganzen Geschichte mit Burnout und so ein bisschen umgehe. Da achte ich einfach viel, viel mehr auf mich selber. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, das machen einfach heutzutage viel, viel zu wenig Menschen. Natürlich, wenn ihr, geht mal auf Instagram, schaut euch mal fünf solche Fotos oder Videos an von irgendwelchen, ja, Gurus oder anderen Sachen. Ja, manifestier das und dann liest du hier fünf kurze Sätze von irgendeinem Guru, der dir sagt, ja, das und das und das und das. Oh, jetzt bin ich aber tiefenentspannt. So funktioniert es nicht. So wird es nicht funktionieren, nur weil ihr irgendwas auf Instagram liked oder auf TikTok geliked habt, weil euch irgendjemand gesagt hat, ja, du musst das und das machen, du liest jetzt diesen Satz und schon geht es dir besser. Das ist vielleicht ein kleiner Startschuss, aber im Endeffekt habt ihr das alles selber in der Hand. Jeder hat sein Leben selbst in der Hand. Jeder muss, sollte die beste Version aus sich selber machen. Jeder sollte innerlichen Frieden finden. Jeder sollte versuchen, so wenig Stress wie möglich machen, auch wenn es auf der Arbeit mal stressig ist. Nehmt euch auch da mal fünf Minuten einfach, wo ihr sagt, boah, ich will jetzt nichts von Arbeit wissen. Nichts, gar nichts. Lasst mir mal fünf Minuten meinen Frieden. Habe ich früher auch gemacht. Muss auch mal sein. Egal, wie dir andere Leute reagieren, ist scheißegal. Aber das Wichtige ist, Stress, wenn du diesen vermeidest, vermeidest du auch Krankheit. Und mit Krankheit zu spaßen, die dann wieder loszukriegen, boah, das kann dich dein ganzes Leben verfolgen. Und mit Stress fängt wirklich alles an. Wenn du dir jetzt so viel Stress machst. Dann entweder checkst du es gleich oder du verschleppst das Ganze. Du machst dir noch mehr Stress, du machst dir noch mehr Stress, dann hilfst du noch Kollegen. Dann bist du vielleicht so ein Mensch wie ich, wo du sagst, ey, nee, andere Freunde gehen vor zum Beispiel. Und trotzdem hast du noch deinen Stress. Du hast deinen Ballast im Körper, beziehungsweise auch im Kopf. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Dieser Ballast im Kopf. Und dann wird es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer, bis du dann möglicherweise entweder in Depressionen oder Burnout oder sonstigen Sachen endest. Und das will keiner. Deswegen versucht, Stress zu vermeiden. Versucht, dem vorzubeugen. Ein bisschen Stress muss immer sein. Das ist absolut klar. Ein bisschen Stress muss immer sein in der ganzen Sache, damit du auch möglicherweise an dein Limit kommst. Aber dieses Limit sollte nicht auf Dauer sein. Dieses Limit sollte ein-, zweimal sein, damit du so wirklich deine Limits kennst, deine Grenzen. Aber nicht auf 180 die ganze Zeit laufen. Weil irgendwann auch, wenn du dein Auto ununterbrauchend mit 180 durchfährst und das stundenlang, weiß ich nicht, ob das wirklich gesund ist. Und dann wahrscheinlich noch im zweiten Gang oder sowas ist es absolut nicht gesund. Es geht vielleicht eine Zeit lang gut und irgendwann geht es halt einfach nicht mehr gut. Deswegen denkt ein bisschen drüber nach. Ihr könnt gerne mal eure Vorschläge, wie ihr so damit umgeht, gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Gerne auch in die Telegram-Gruppe und sonst was. Und ansonsten würde ich sagen, hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Wir hören uns dann nächste Woche auf jeden Fall wieder. Dann mit Benji und René auf jeden Fall. Heute, wie gesagt, kleine Ausnahme von meiner Seite aus. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Ich bin jetzt heute wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, bin ich wieder zu Hause. Also ich hoffe, es war einen schönen Urlaub. Wir hören uns dann morgen bei den Videos. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.